Arti! Hm? Was denn, was denn? Dass du Opi gehst. Ja, ab zu Opi, los! Da komm mit, da ist er! Hallo! Oh! Kinder! Hallo Opi! Hallo! Kennst du dir doch? Äh, äh... Ne, wer ist denn das? Ich! Ich bin ein Enkel, ein schöner! Und ich riech nach Pferfمنze! du kannst dich gleich mal hier in den stall mit den ganzen schweinen dazu stellen kinder wisst ihr was passiert wenn sich ein schweinchen und ein anderes schweinchen ganz doll lieb haben okay dann egal lassen und spielen die kleinen flachnasen also dann jetzt holt mal blöcke im leben muss man hart arbeiten ja und wie kriegt man brauche also brauche willst du eigentlich nicht eigentlich willst du gold dafür müssen wir die mitte ja aber nicht so langsam wie du ich bin ja auch nicht gut mach jetzt schnell halt hier eigentlich beeindruckt mal du alter trunkenbold die kleinen schwitzer sind schon hier ich nehme es aufpassen aufpassen die kommt oh gott sind die schnell weg hier weg wir müssen hier weg weg papa schlumpf kommt wie viel gold habt ihr ich hab zwei zwei ich hab auch zwei opi kauf dir kauf dir ein bogen hey schnell du bist ein profi so warte ich nehme das hier und geh in die mitte jetzt werde ich alti recheln ich bin noch gar nicht gestorben und hab ihn aha ich bin alt du gibst doch oh alti hallo guck mal du bist ein ritscher typ weiß oh da ist gold pass auf einfach die minions kommen die minions die minions die sind die so groß die sind blöden perl die kilo waren die kleiner euer kinder ich hab ein bogen und schwert ich will mir auch ein bogen guck was ist das für ein monster er ist tot hey gut gewagt guck mal opi wie schießt man mit dem bogen wie geht das hakt leute ich geh zu denen dafür brauchst du erstmal aim wie aim da geht zu uns hier geht zu unserem bett äh oh oh hä warte hast du ihn getroffen nein ach so schaffst du das gut also ja doch hab ich ja ja doch hab ich glauben sie möchte schießen ja ich seh es die wollen kämpfen hallo hab das mal von denen ach diese schwitzerchen ich kauf mir ja jetzt rüstung ja ja ich komme einfach ja pass auf wir müssen die besiegen sind zu gut für uns hopp er fällt mich wir müssen noch ein metab bauen gehen oder nicht oh nein 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 kinder ich bin mit 12 gold verreckt opi nein du musst nicht immer so dämlich sein das verstehe ich auch nicht wenn ihr mich nicht beschützt dann kann ich auch nicht dafür aber was können wir dafür der typ der baut sich hoch warum da geh runter tschüss da geh weg hier opi wir müssen noch betten abbauen gehen nein wo sind die denn da braucht keine betten opi hilf mir was brauchst du denn wieder hässli ja ich hab noch gar nichts wie du hast noch gar nichts ja hier drei eisen danke hin da ein fremder hier stirb alter hast du gute Augen ja seht ihr mal oh danke danke öpfel ja ich hab blöcke ich geh jetzt so bitte warte oder ich will nicht alleine gehen ich komm mit einfach ja ok zu zweit schaffen wir das komm alti ey wo bist du da auf ja verbuggt ah warte ich hab dir was ist los bei euch ok alti ich komm hä geh hier hoch komm ey wie komm ich hier hoch ach ja 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 ah da ist jemand hab ihn hab ihn gehst du sehr schön komm wir gehst wir mit dir komm alter wie viel gold hier ist ich hab zwölf stück ah gib auch was ab da ist jemand bei uns und er weit ist weg oh neeein kriegst du den hinter dir Alfa ich muss ihn hier holen hab ihn hast du den gesucht Idiot ja gut gemacht du redest uns über eine Situation das ist so gut Alfa wo können wir hingehen können wir da da hin die Runden sind schon tot der zu den Gelb will komm lass hoch und komm du bist überhaupt hinter mir ich bin hier komm komm schön wir achten gar nicht auf deren Bett komm komm ich hol's ich hol's ja da ist sehr schön Alfa die kommen zu uns die haben weg ich schieße sie ab aber ich treffe ihn nicht die blauen leben sogar auch noch Opi lass sie die blauen ja ich hol mir erst einen Bogen ich komm gleich oh nein unser Bett bitte nicht Opi du hast doch früher so viel trainiert sorry Kinder wie kann denn das passieren der Kind äh der targett uns aber auch schon ziemlich hart er weiß halt dass wir hier äh hier Kinder sind und die ganze Familie mit uns ach nein da jetzt bin ich im Himmel pass auf da unten von meinem alten Opa Alf ich wäre ja traurig aber ich bin irgendwie zu fett für den Boden und backe hier rum he he ich sehe he he dammte Scheiße he he ja wenn man so alt ist ey du alter Knacker mir reicht's jetzt hör mal zu du kleiner Scheißer was hast du für Probleme weißt du was ich von dir halte was denn bring mich lieber um als mit dir zu leben nein Opi all around me are familiar faces oh nein hallo he ich luf dich alti was ist denn Opi ist wegen dir gestorben hä wie Opi ist wegen mir was sollst du das ich hab doch gar nichts gemacht ja ich hab gesehen wie der wegen dir runtergesprungen ist dann endlich wegen mir gewesen aber ich bin in den Himmel gekommen du nicht und er auch nicht ich bin nicht mehr hier ich bin nicht für alle hör auf alti bin ich so alleine weil du du bist eh ein dumm Kopf ich geh jetzt alleine ohne dich okay hör auf nein nein ich bin runtergefallen hör auf ich bin nicht mehr als dich ich vermisse dich schon mehr als dich vermisst du mich gar nicht ah ah aber eifel aber eifel ich geh jetzt hör auf oh mein Gott ey wieso alti wieso tutst du mir sowas an pack auf da kommt einer hier kommt einer da ist einer holt ihn doch alti bitte und der Bett ist weg ich will nicht sterben ich töte ihn oh mein Gott alti es ist sogar und der Bett weg ja weil Opa nicht da was sollen wir jetzt tun ich hab ne Idee komm mit okay erst einfach Jolo machen weil wenn wir jetzt sterben dann kommen wir doch zu schmucki oder nicht okay lass das machen Jolo 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 okay ja ist ja egal wenn wir sterben ja komm her ja du bist ja der hat das gemacht mit dem Bett ja dieser Verrückte hoch Jolo Jolo äh wieso guckt der so ah ah der zweite kommt ah ah haas oh äh ja na toll erst stimmt Opa Schmucki und jetzt auch noch vier Beine hm naja ich hoffe die Folge who is her der dir aus meiner Sicht hat euch gefallen ne wenn ihr mehr Folgen who is her der dir auf meinem Kanal haben wollt dann schreibt's drauf mal in die Kommentare ne und ich würde mal sagen bis zum nächsten Video Leute tschüss